Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Command & Conquer, der Tiberium-Konflikt in der Remasteredition. Und ja, wir müssen nochmal nach Tschechien, weil Nod hat komplett Tschechien wieder zurückgeerobert, obwohl wir die letzte Mission eigentlich erfolgreich gelöst haben. Aber schauen wir mal, was passiert ist. So. Commander, gab es da Unklarheiten mit dem letzten Befehl? Wir wollten, dass sie alles ausschalten, aber Nod hockt immer noch da. Wir können ihnen jetzt eine komplette Einheit zur Verfügung stellen, aber diese Mission muss dafür auch klappen. Beseitigen sie alle Nod-Kampfbots und Installationen, was immer sie finden. Und reprogrammieren sie ihre Droiden. Erbeutet, das Tiberium ist mit äußerster Sorgfalt zu transportieren. Es scheint einen negativen Einfluss auf Bots und Menschen auszuüben. Ende. Ja, und da ist vielleicht auch noch ein so ein Punkt. In der deutschen Version war das ja alles zensiert. Da waren das keine Menschen, die da kämpften, sondern Bots und Droiden. Und deshalb, die Audiospuren sind ja die von der Original, wobei die Visuals natürlich jetzt die Neuen sind. Also das passt nicht ganz zusammen, weil hier bluten Droiden und Bots. Aber naja, es ist egal. Das sind so die Kleinigkeiten. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir! Bekomme ich einen Bauhof? Jawohl, Sir! Ist das jetzt die ganze Einheit, die ich jetzt bekomme? Verstärkungen sind eingetroffen. Oh nein! Jawohl, Sir! Kein Problem! Weil diese Flammen-Typen... Einheit verloren. Jawohl, okay! Jawohl, Sir! In Ordnung! Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl! Einheit, komm, Bauhof. Bitte in den Bauhof. Ich möchte mich schon wieder sagen. Ah, mehr Panzers, ja schön. Jawohl, Sir! So, wir kriegen das hin. In Ordnung! Kein Bauhof? Okay, kein Bauhof. Ja doch, wir haben 5000 Pfands, also werden wir doch irgendwann mal einen Bauhof bekommen. In Ordnung! Breche auf! So. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, da ist ein Bauhof, Gott sei Dank. Breche auf! Geht klar, Sir! So, einmal kurz aufgebaut. Ich baue mich hier ein bisschen weiter nach oben, damit das Erzfahrzeug nicht immer so lange fahren muss. Aber zuerst muss ich hier Gegner töten. Die sich schon selbst ein bisschen kaputt gemacht haben, weil sie durch die Bären marschiert sind. Diese doofen Gegner. Schon dabei! Jawohl, Sir! So. Neue Bauoptionen. Jawohl, Sir! Breche auf! Gut, da kann ich weg. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir da... Das müsste ja dieselbe Karte wie vorher sein. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Raffinerie auf jeden Fall. Wird gebaut. In Ordnung. In Ordnung. Besteht in Ordnung. Jawohl, Sir! So, zuerst das Flammen-Dings da. Gegen Panzer ist das sowieso nicht gut. Jawohl, Sir! Das Flammenfahrzeug, ja voll fies. So. Konstruktion fertig. Und die Raffinerie kommt da rüber. Neue Bauoptionen. Jawohl, Sir! Dann eine Kaserne. Wird gedauert. Jawohl, Sir! In Ordnung. In Klasse. Schon dabei. Sofort, Sir! Breche auf! In Ordnung. Schon dabei. Sofort, Sir! Breche auf! Sehr schön. Die Kaserne kommt da ran. Neue Bauoptionen. Jetzt habe ich bald nur noch zwei Panzer. Das ist natürlich nicht gut. Jawohl, Sir! So, komm, kann ich da... Wie ging das alt und fahren? Genau so war das. So, auch mal zusammen fahren. Sehr schön. Das kann ich nämlich auch. So, und kommt gleich noch eine Raffinerie. Jawohl, Sir! Damit ich auf jeden Fall den Vorteil von sehr viel Geld habe. Reche auf! Wobei ich glaube, dass ich hier auf jeden Fall... Ah, einen Rack Zero. Ich kann Raketenwerfer machen. Das ist schön. Wird gebaut. Dann machen wir hier mal ein bisschen Abwehr. Jawohl, Sir! In Ordnung. Bestätig. Konstruktion fertig. So, Raffinerie Nummer zwei ist da. Lassen wir einen Platz zwischen drin und dann eine Waffenverbrühe. Jawohl, Sir! Oh, und ich kann auch Wachtürme jetzt bauen. Das ist schön. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir! In Ordnung. Jawohl, schon dabei. Konstruktion fertig. Ich nehme mal ein Männchen und werde das jetzt mal hier da... Oh, ne, machen Sie mich, weil da kommt schon wieder ein Angriff. Jawohl, Sir! So, das ist offensichtlich, ich habe die Not ein Problem damit, wenn ich hier bin. Recher auf. Bestätigt. Recher auf. In Ordnung. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Über den Haufen fahren. So. In Ordnung. Recher auf. Recher auf. Wobei ich sagen muss, der Soundeffekt in der deutschen Version war irgendwie cooler, wenn man die Fahrzeuge überfahren hat. Weil es hat sich wirklich so Blechen angehört, als wie wenn man eine Blechdose über, über, äh, zusammendrückt. Irgendwie kommen da gerade sehr viele Einheiten. Das gefällt mir gar nicht. Würde dir bitte die Güte haben, die Einheiten auch. War diese, diese KI von mir manchmal. Ja, die machen gar nichts, wenn ich, ich habe keine Gefährung mehr. Das ist nicht gut. So, ich wollte eigentlich eine Scouting-Truppe haben. Bitte einmal da unten gucken. Jawohl, Sir! Schon dabei! So, das wäre gut, wenn die Waffenfabrik... Recher auf. In Ordnung. Konstruktion fertig. So, die ist fertig. Sehr schön. Einheit verloren. Toll, jetzt ist eine Einheit. Neue Bauoptionen. Ja, und ich kann einen Panzer machen, Gott sei Dank. Und sogar einen zweiten Erzsammler kann ich auch machen. Das ist nicht so schön. Aber ich befürchte, dass ich hier ehrlich gesagt... Schon dabei! Was ist denn da los? Hallo! Ah, die haben die Kirche fast... Ja, gut, weißt du was, dann machen wir die Kirche ganz kaputt, weil vielleicht ist da was drin. Haben die die Kirche einfach schon kaputt gemacht, die Gegner? Jawohl, schau! Das ganze Dorf wurde... Was ist denn da los? Hallo? Schon dabei! Einheit verloren. Ja, und ich sehe schon, was da los ist. Das ist einheit verloren. Wird gebaut. Warte, bitte einmal kurz drüberfahren. Hui! Weißt du, wenn ich das probieren würde, keine Chance, dass das irgendwie ginge. Konstruktion fertig. Wird gebaut. So, ich sehe gerade, ich muss da nach oben. Ich habe kein Tiberium mehr. Das ist ganz schlecht. Konstruktion fertig. So, Panzer. Wird gebaut. Fahren vor. Konstruktion fertig. Panzer bleibt bitte da hinten. Konstruktion fertig. Kein Problem. Oh, danke, Erzwagen. So gefällt mir das. So. Breche auf. Jawohl. Verständlich. Du fährst da nach oben und machst die beiden kaputt. So in einem Wachturm. Wird gebaut. Geldmittel unzureichend. Jawohl, Sir. Support, Sir. Support, Sir. Was ist denn jetzt los? Jetzt kann ich da schon wieder welche. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich keine Geldmittel mehr, weil mein Tiberium jetzt aus ist. Mal schauen, wo ich noch Tiberium finde. Ja, aber man sieht, die Wegelchen bleiben stehen, weil ich kein Tiberium mehr habe. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, toll. Brecht auf. Oh, da ging es ja eigentlich. Ist da noch irgendwo was? Komm, lass, lass hier irgendwo in der Nähe Tiberium sein. Aber ich glaube, der nach oben, da ist ja nur die Feindbasis. Komm, greif den bitte an, wenn ich sage, angreifen. Jawohl, Sir. Diese Leute. Komm, eine Einheit soll dann nach oben laufen. Ah, da ist die Bärin. Ich sehe schon, da ist die Bärin. Super. Sammeln. So. Komm, lauf ein bisschen weiter. Gibt es das da? Kann ich da gar nicht nach unten? Wo kamen denn doch da? Wo kamen denn da die ganzen Gegner her? Wollte ich gerade sagen. So, okay, ja gut, dann müssen wir da mit zwei Panzern vielleicht ein bisschen für Ordnung sorgen. So, dann brauche ich aber vielleicht auch noch einen Erzsammler. Im dritten, wenn das soweit ist hier. Oh, guck mal, die zerstören da das ganze Dorf. Ich weiß, dass ich kein Geld mehr habe. Danke. Das Spiel ist voll nett, dass du mir das sagst. Dass du mir das so eindrucksvoll mehrmals unterbeweist bist. Die haben die Kirche kaputt gemacht. Ihr Schweine. So, ja komm, ich lasse den Panzer, weil ich brauche den Erzsammler. Wird gebaut. Er ist immer noch ein bisschen günstiger wie eine Raffinerie. Jawohl, Sir. Schon dabei. Ich finde, der Flammenwerfer dabei ist, oder? In Klasse. Jawohl, Sir. Rech auf. So, Konstruktion fertig. Wachtturm ist fertig, okay. Jawohl, Sir. In Klasse. Abwarten erst mal. Der Wärter. Oh, das sind Einheiten. Jetzt sehe ich die erst. Schon dabei. Muss ich mal kurz dann... Aber erst mal hier alles über den Haufen werfen. Schon dabei. In Klasse. In Klasse. Jawohl, Sir. Ja, ist schon recht. Zerstören. Einfach nur zerstören. In Klasse. Jawohl, Sir. In Klasse. So, gern geschehen. Ich habe euch gern geholfen. So, bitte hier mal einmal ganz kurz zusammenfahren, bitte. In Klasse. Wetten die Weichen aus? Wetten die können das? Ich könnte das niemals, aber die können das definitiv. Oh, doch nicht. Cool. So. Ein weiterer Erdsammler. Bitte hier sammeln. So, der Wachtturm ist bereit, den stelle ich dann mal da unten hin. Im Wachtturm, glaube ich, kann ich... Oh. Das ist natürlich etwas blöd. Ein Wachtturm, wo kritisch heißt, ich bin... Ach, ich bin schon drüber. Kann ich die Dinge ausschalten? Nee, kann ich leider nicht. Gut, ich habe eh Geld auch keins. Also von dem her... Alles nicht so schlimm. So. Was, die kurz wusten? Ja, ich weiß. Ich habe kein Geld. Ich habe keine Energie. Ich habe gar nichts. Breche auf. Sofort, Sir. Geht klar, Sir. Schon dabei. Ist da die Brücke? Nee, die Landungsbrücke, die ist jetzt... Also, da bräuchte ich so ein Landungs-Heli. Aber ich kann... Nee, kann ich nicht machen. Also, ich komme da dann nicht drüber. Wahrscheinlich, nein. Breche auf. Schon dabei. Geht klar, Sir. So, na ja. Sofort, Sir. Fertig. Okay, Kraftwerk ist fertig. Das bauen wir hier hin. Das ist schön. Und dann würde ich sagen, kommen einfach ein paar viele Panzers, ne? Wird gebaut. Ein paar Grenadiere vielleicht, ein paar Raketenwerfer noch. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Sofort, Sir. Ich traue mich jetzt hier gar nicht so wirklich wild rumlaufen. Ich lasse jetzt mal... Was ist eigentlich hier? Warum ist das... Reparatur läuft. Warum ist das eine Ding kaputt gegangen? War da irgendwas... Hab ich irgendwas übersehen? Weiß ich nicht. Irgendwie ganz komisch. Jawohl, Sir. Sorry, da kann ich... Ach nee, da kann ich gar keine Einheiten reinpacken. Ich dachte, ich kann hier Einheiten reinpacken. Okay. So, und die werden auch irgendwo abgeschossen, wie es aussieht. Breche auf. Breche auf. Ist nicht so schön. Dann packen wir da zwei süßen Jäger noch dazu. Jawohl, Sir. Ich möchte nicht, dass die mich hier irgendwie... ...erreichen. So, da ist unsere eine Scouting-Einheit. Ja, ich habe euch gerne hier ein bisschen geholfen. So, da ist jetzt auf einmal ein Abwehrturm. Ist okay. Und da waren Flammendinger, die sind nicht so okay. Na gut, eine weitere Scouting-Einheit. So. Wie viel Tiberium habe ich eigentlich noch? Es wäre so schön, wenn ich reparieren könnte. Ja, wow, echt? Ich habe kein Geld mehr. Das hätte ich mir ja nicht gedacht. Das gibt es doch normalerweise gar nicht, kein Geld zu haben. Habe ich jetzt schon so ein Wüstenjäger-Ding? Nee. Baue ich gerade zwei aus Gründen. Ich könnte natürlich auch noch... Konstruktion fertig. Nee, noch einen baue ich jetzt echt nicht. So. Mal schauen, ob ich die... Theoretisch müsste das mit denen ja ganz gut gehen. die Infanterie-Einheiten kaputt zu machen. Breche auf! Ah, jetzt hauen die ab. Okay, gut. Die haben wohl gemerkt, dass ich jetzt hier rankomme. Breche auf! Jawohl, Sir! Wer steht in Ordnung? Wollt ihr zu meinem Panzer hoch? Nee, oder? In Ordnung! Was passiert hier? Wo? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Breche auf! Breche auf! In Ordnung! So, einmal über den Haufen fahren. Einheit verloren! Wo? Einheit verloren! Wo, verdammt, nochmal? Ach, da unten. Scheiße. Ja, super. Wow. Und mein Panzer auch. Okay. Ja, ich muss die aber trotzdem hier da nach oben. Das passt. Breche auf! Ich glaube, ich baue wirklich doch noch einen Tiberium-Sammler. Wobei, so viel Tiberium habe ich da oben gar nicht mehr. Jawohl, Sir! So, jetzt schauen wir mal, was dieser, dieser Abwehrturm da kann. Ich baue eine Funk- und Radarzentrale. Jawohl, Sir! Breche auf! Sehr schön, so gefällt mir das. Geht klar, Sir! Jawohl, Sir! So, und der Panzer kommt auch da nach oben. Bestätigt! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Und da haben wir jetzt ein, ein Opfermännchen, weißt du, er war im, im Panzer drin, hat das überlebt und jetzt muss er leider bis ins Kauten gehen. Bis in, ah, da, der da auch noch so ins Kauten. Breche auf! Geldmittel, Sir! Ach, wirklich, meine Geldmittel sind umzureichen, das ist ja ganz was Seltenes. Frage mich, ob ich irgendwann mal eine Mission habe, wo meine Geldmittel einfach unendlich sind. So, okay, da ist ein Turm. Weiß nicht, warum, dass er jetzt auf einmal umgedreht hat, aber gut. Ja, dann lauf mal. Ja, lauf hier oben dazu. So, haben wir da jetzt einen geheimen Eingang? Ne, da haben sie jetzt auch einen Turm hintergestellt. Einheit verloren. So, ja gut, dann, ähm, genau, ich baue eh noch einen und jetzt machen wir einfach drei Panzerleas und drei Wüstenjäger und ein paar Grenadiere dazu. Konstruktion fertig. So, einen Funk- und Radar-Turm haben wir auch. Der kommt da hin und ich glaube, ich mache jetzt noch ein Kraftwerk. wird gebaut, damit wir da auf jeden Fall, ähm, genügend Energiemittel haben. Gut, ich meine, das Tiberium ist auch bald alle. Aber vielleicht sollten wir einfach hier das Ding mal abschießen. Im Endeffekt dürfte da ja nicht so viel da dran sein. Weiß nicht, ob die jetzt ein Problem haben damit, wenn ich das abschieße, wahrscheinlich bin ich ja schon. Oder ob die einfach ein bisschen defensiv sind heute. Was macht dieser Erdsammler da bitte? Könntest du bitte nicht dumm sein, Erdsammler? Ich werde ja so verbunden. Ach Gott, Erdsammler. Bestätigt. Spannenderweise schreiten wir mich gar nicht an. Dafür kommt da unten ein, so ein Ding. Geldmittel umzureichend. Echt? Das hätte ich mir ja nicht gedacht. Geldmittel umzureichend. Wie gibt es denn sowas? Nicht alle. Ich wollte eigentlich nur eine. Ach Gott, was ist denn da eigentlich los? Der schleicht sich da einfach so durch. Verstehst du? So. Dann machen wir nochmal einen Wachkirn. Jawohl, Sir. Schafft ihr das zu dritt etwa gar nicht, oder was? Ja gut, so ziehen wir zumindest den Gegner Geld aus der Tasche. So und jetzt müssen die Giberium-Sammler wirklich da hoch. Habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben mit meinem Bauen. So, komm ich mit euch mal mit. Jetzt muss ich leider da rein. So, okay. Schau mal, was haben wir da sonst noch so? Das ist eigentlich nur der drin, den müssen wir dann jetzt irgendwie kaputt kriegen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Eigentlich wären da Grenatiere gut, aber das Problem ist, dass da natürlich, ähm, ja, Tiberium ist. Und das ist nicht gut, weil die Armen einhalten. Jawohl, Sir. Schon dabei. Sofort, Sir. Breche auf. Aber was definitiv nicht gut ist, dass hier jetzt meine ganzen Sammler hier chaotisch rumdüsen, aber ist klar, weil ich so viele habe. Jawohl, Sir. So. Breche auf. Gut, weißt du was? Wir machen jetzt folgendes. Jawohl, Sir. Kein Problem. Du darfst jetzt da oben den Turm kaputt schaun, gemeinsam mit diesem Panzer. Oh, da kommen Gegner. Kein Problem. Support, Sir. Jawohl, Sir. So. Haben wir etwa ein Problem, weil ich die Tiberium abbaue? Jawohl, Sir. Kann natürlich sein, aber ich werde sie einfach mal überfahren. Jawohl, Sir. Einheit verloben. Ich habe gesagt, du sollst sie überfahren. Einfach nur überfahren. Hallo, überfahren. So. Das tut so gut, ja? Dass ich das jetzt auch kann. Geldmittel unsreitend. Wirklich? Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Jawohl, Sir. Fort, Sir. So. Jawohl, Sir. Dann rücken wir mal vor. Und zumindest mal grundsätzlich die leichte Basisverteidigung auszuschalten. Das sollte eigentlich easy gehen. Konstruktion fertig. So, guck der ist hin. Jawohl, Konstruktion fertig. Können wir da noch irgendwas aufdecken? Nee. In Ordnung. Breche auf. So, da kommen meine Raketendinger hoch. In Ordnung. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil die jetzt klarerweise auch ein bisschen Probleme haben damit, dass wir jetzt hier mit unseren Erzerntern rumlaufen. Jawohl, Sir. So, bitte einmal hier den da machen. Verständigt. Oder greife ich an zwei Fronten gleichzeitig? Ja, gut, komm. Jawohl, breche auf. So, in Ordnung. Jawohl, Sir. Verständigt. Könnt ihr mit der Infanterie auch ran, aber ihr wisst ja wegen Tiberium ist ein bisschen das Löw. So, das Ding ist kaputt. Wunderbar. Breche auf. So, ich weiß nicht, ob wir da jetzt am besten durch sollten oder nicht. Jawohl, Sir. Ich schicke mal ein Männchen rein. Konstruktion fertig. So, schön, da kommen immer mehr Panzer. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Ich könnte mir natürlich auch ein Silo machen, wobei andererseits... Konstruktion fertig. Ne. Bestätigt. Wird gebaut. So, ja, greift jetzt da an. Das ist schön. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hier kommt mal nach oben. Hier auf meine Angriffsfront. Konstruktion fertig. Bestätigt. Breche auf. Jawohl, Grecher. In Ordnung. Ich muss kurz überprüfen, wie das ausgeht. Jawohl, Sir. In Ordnung. Eine Infanterie gegen zwei Raketenwerfer. Du schaffst das. Oh, der schafft das ja wirklich. Jawohl, Sir. Infanterie, du bist einfach gut. Einheit verloren. So, jetzt aber. Jawohl, Grecher. Lauf mal nach vorne. Breche auf. Das Gute ist, mit der Karte, da habe ich echt schön den Überblick, wo die Gegner sind und wo nicht. So, sind da jetzt noch Abwehrtürme? Breche auf. Offensichtlich ja nicht. Gibt es das, dass die hier jetzt echt... Sofort, Sir. Geht klar, Tür. Breche auf. Sofort, Sir. Einheit verloren. Es wäre cool, wenn ich so einen Invasor vielleicht irgendwie kriegen würde. So, greift mal, vielleicht nicht alle, nur mal der schlechte Panzer. So, kommen noch ein paar Panzer und ein paar Grenadiere. Einmal die Mauer angreifen, damit ich da dann schön rein kann. Ach, ich habe kein Geld mehr. Wie gibt es denn sowas? Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. So, eine Scout-Einheit. Jawohl, Sir. Schon dabei. So, jetzt ist nur die Frage, wo noch Tiberium wäre. Konstruktion fertig. So, die fahren auch mal nach oben zur Invasionseinheit. Jawohl, Sir. Da kommt zur Stöhr ein bisschen Mauern noch. Die da oben ist vielleicht geschickter. So, dann schauen wir mal, wo wir da rein könnten. Das sieht gut aus. Okay, jetzt kommt hier. Du schaffst das. Scout-Einheit, du schaffst das. Komm, dann schieb doch mal ab. Einheit verloren. Breche auf. Ach, die wollen ja offensichtlich hier eh. Nein, nein, schnell. Weiter, weiter, zurück. Rück, zurück. Müsste das wirklich Panzer? Ich glaube, er will es wirklich. Okay. Bestätigt. So. Er wollte es so. In Ordnung. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Moment. Kurz, kurz Rückzug. Rückzug wieder. Bestätigt. Breche auf. Ja, ich bin ein bisschen feig. Bin ich. Breche auf. Jawohl, Sir. Weil ihr wisst ja, was letztens immer passiert ist. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Feuer. Ja, vernichtet den Panzer. So. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ich gehe mal nach oben. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Mach zuerst den da kaputt, bitte. Es ist immer recht blöd, dass die so unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Jawohl, Sir. Oh, was? Wir benötigen Silos. Das ist natürlich... Oh, Mensch. Das darf natürlich nicht passieren. Wir benötigen Silos bedeutet, dass ich zu viel Geld habe. Konstruktion hat. Oh, je. So, kurz überfahren, bitte. Jetzt tut es so. Einheit verloren. Wird gebaut. Einheit verloren. Ach, du Schande. War das jetzt eine gute Idee? Ich glaube nicht. Komm, raus hier wieder. Raus hier wieder. Raus hier wieder. Einheit verloren. Konstruktion hat. Jetzt war ich so überrascht, dass ich Silos brauche. Einheit verloren. Geldmittel umzureichend. Jetzt sind wieder Geldmittel auf einmal umzureichend. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. So. Na, komm. War diese blöden kleinen Infanterie-Scheißer? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Komm, fahr einfach mal bitte drüber. Einfach drüberfahren. Komm. In Ordnung. Jawohl, Sir. Schlecht dicht. So. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Schlecht auf. Was haben wir da? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Fort, Sir. Jawohl, Sir. Ach Gott, echt jetzt? Jawohl, Sir. Ja, strategisch wieder mal sehr klug in den Sand gesetzt. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. In Ordnung. Aber gut. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Und die haben jetzt hier einen Haufen Flammenwerfer. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Und erst mal die ganzen Flammenwerfertypen kaputt mache. Weil das Gute ist, die Flammenwerfertypen, die... In Ordnung. Die explodieren. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, die sind echt furchtbar, die Flammenwerfertypen. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Konstruktion fertig. So. In Ordnung. Gut, irgendwoher habe ich dann doch noch ein bisschen Geld bekommen, wie es aussieht. Aber bitte vernichte diese Hand von Nord. Jawohl, Sir. Diese Flammenwerfertypen. Einheit verloren. Ach komm, du wirst mich doch echt verarschen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Komm, komm. Jawohl, Sir. Reche auf. Ei, 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 ei. In Ordnung. Gut, für Flammenwerferdinger wäre wahrscheinlich jetzt so Zeug wieder gut zum Wüstenjöger, oder? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Die Flammenwerfertypen. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Ja, toll. Ich habe es echt jetzt vergeigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Ich habe es echt vergeigt jetzt. Ich habe es vergeigt. Ich war so gut und habe es vergeigt. Ich bin echt... Jawohl, Sir. Untröstlich bin ich. Ja, wow. Okay. Gut. Dim, 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 dim. Können wir wieder... Warum reparieren eigentlich immer? Komm, ich habe da noch einen Wachturm. Ja, komm. Wir machen... Wir laden nochmal. Moment, kann ich da? Ich kann da neu starten. Ja. War jetzt ein bisschen peinlich. Ich starte jetzt nochmal neu. Es tut mir leid. Ja. Diese Folge wird wieder ewig da. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Verstärkungen sind eingetroffen. Das ist echt bitter. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Sofort, Sir. Sofort, Sir. Geht klar, Sir. Breche auf. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So, schnell hier die. Scheiß Flammenwort verdienen. Einheit verloren. Nicht gut. In Ordnung. Geht klar, Sir. In Ordnung. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Ja, ist okay. Einheit verloren. Ist okay. Sind wir jetzt noch schlechter als vorher. Wahrscheinlich ja schon irgendwie, oder? So, okay, gut. Ich baue jetzt keine zweite Raffinerie, aber dafür einfach mehr Erzfahrzeuge. Sollte auch reichen in Wirklichkeit. Recher auf. So, wir wissen, dass wir da auf jeden Fall was machen können. Und ich gehe aber da trotzdem mit dem Baufahrzeug ein bisschen nach oben. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Recher auf. Ich habe das aber echt nicht so schwer in Erinnerung. Wahrscheinlich habe ich immer auch auf Leichtwissen oder so. So, einmal bauen. Energien, wo kritisch. Ich weiß, weil ich keinen Kraftwerk brauche. So. In Ordnung. Wird gebaut. Einmal das Kraftwerk gebaut. Das kommt dahin. Super. Dann eine Kraftwerk. Jawohl, Sir. Sehr klug, dass das Menschen übrigens in die Därien rumläuft. In Ordnung. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Gut, eine Raffinerie ist da. Die kommt nachher. Dann baue ich gleich eine Waffenfabrik. Jawohl, Sir. Auch wenn die Schicksal gewesen wäre in der Kaserne, aber die kommt dann nachher. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ach, diese Flammendinger. Jawohl, Sir. Ja, da ist wirklich die Freie, die Flammendinger. Da müsste ich wahrscheinlich wirklich mit meinen Panzern drüber rollen oder irgend sowas. Die Frage ist jetzt echt, ob wir nicht wirklich eine übermächtige Armee von diesem Panzern machen. Jawohl, Sir. Bestätig. Jawohl, Herr. Jawohl, Herr. Wie lange braucht denn diese Waffenfabrik? Jawohl, Sir. Dann baue ich nämlich gleich drei Sammler. Oder zwei. Zwei oder drei. Bresch auf. Wahrscheinlich ist ja auch irgendwo Geld versteckt. Wäre wahrscheinlich echt hilfreich, aber naja. In Ordnung. Ich hoffe, für euch ist es kein Problem, dass ich euch die Fails auch zeige, aber ich möchte in Wirklichkeit immer kurz, kurz, kurz den überfahren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Rückzug, kurz, so. Waffenfabrik und eine Kaserne. Jawohl, Sir. So, Wüstenjäger. Ich glaube, das ist auch keine gute Strategie, oder? Weil jetzt kommen die natürlich von überall. Ja, wow, komm, Alter, das ist ja... Boah. Ich muss nochmal neu starten, sorry. Okay, auch das ist keine gute Strategie. Ach, du Schande, ach, du Schande. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Vielleicht spiele ich doch auf leicht. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Das war voll peinlich, aber naja. Sofort, Sir. In Klasse. Breche auf. Einmal in die Richtung. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Oh. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wäre ich von Mal zu Mal schlechter statt besser. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. So, okay. In Ordnung. Ja, vielleicht doch den kurz überfahren. Jawohl, Sir. Überfahren. In Ordnung. Ja, letztes Mal sind Mehreinheiten geblieben, oder? Täuscht mich das jetzt. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. So, Baufahrzeug. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Breche auf. Gleich mal daherfahren. So, diesmal schauen wir einfach, dass wir es richtig machen, oder? Einsatzziel nicht möglich. Einsatzziel nicht möglich. Ja, komm, go. So. Energieniveau kritisch. Energieniveau ist kritisch, weil ich noch kein Kraftwerk habe. Wird gebaut. So, dann einmal das Ding. Dann machen wir... Ganz ehrlich, jetzt mache ich doch vorher... ...die Kaserne. Wird gebaut. Auf jeden Fall hier ein paar Einheiten machen kann. Konstruktion fertig. So, und jetzt die Raffinerie. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ähm. Wird gebaut. Ich mache mal eine gute Mischung von Einheiten. Jawohl, Stahl. So, und ich muss eh das Erzfeld räumen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Bestätigt. Recher auf. Konstruktion fertig. Ja toll, jetzt sind natürlich da genau Raketenwerfer. Und ich baue, ich Idiot, baue natürlich gleich am Anfang Raketenwerfer. Macht ja so viel Sinn. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Stahl. Neue Bauoptionen. Jawohl, Stahl. Konstruktion fertig. Und eine Waffenfabrik. Konstruktion fertig. Recher auf. Konstruktion fertig. In Ordnung. Wird gebaut. Bestätigt. Konstruktion fertig. Ja, ja, lass meinen Erd sammeln in Ruhe. Jawohl, Stahl. Jawohl, Stahl. Würdest du bitte meinen Erd sammeln in Ruhe lassen? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Komm, hier. Greift ihr bitte an. Unsere Basis wird angegriffen. Oh nein, meine Basis wird angegriffen. Das ist natürlich nicht schön. Oh, Geldmittel sind jetzt schon unzureichen. Das ist natürlich... Sag mal, würdet ihr denn bitte kaputt machen? Was war denn da jetzt wieder verkehrt? Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Reparatur läuft. So. Ja, toll. Jetzt habe ich noch nie mal die Waffenfabrik. Jawohl, Stahl. Jawohl, Stahl. Na, ich darf am Anfang nicht so schnell auf Expansion gehen. Ich muss erst mal die Basis festlegen. Vorher habe ich sie halbwegs gut gemacht. Aber dann natürlich aufgrund von übertriebener Überheblichkeit verloren. Das ist immer dasselbe. In Ordnung, Stahl. In Ordnung, Stahl. Breche auf. Jawohl, Stahl. In Ordnung, Stahl. So, hier kurz Angriff. Bitte lauft nicht mit mir in das Gebärchen, Leute. Breche auf. Oh. Freunde. Jawohl, Stahl. Jawohl, Stahl. Verständlich. Ausstitze. Taktik. Jawohl, Stahl. Jawohl, Stahl. Jawohl, Stahl. Auch die bitte kaputt machen. Die Flammendinger sind ganz gefährlich. So, die Waffenfabrik ist fertig. Da bin ich froh. Bitte dir bitte hier abbauchen. Ich muss da die Waffenfabrik hinbauen. Und ich werde trotzdem einen Sammler bauen als allererstes. Neue Bauoptionen. Jawohl, Stahl. Ich muss hier, wie gesagt, wirklich auf Dingens gehen. Und komm, ich baue jetzt einen trotzdem einen Wachturm dahin. Jawohl, Stahl. Noch haben wir genügend Energie. Jawohl, Stahl. Geht klar, Stahl. In Ordnung. Jawohl, Stahl. Eine Scout-Einheit. Einmal nach oben, bitte. In Ordnung. Wobei es wäre geschickter, komm, ich lasse den Wachturm mal und werde wirklich gucken, dass ich den Sammler, der muss zuallererst fertig werden. Jawohl, Stahl. Breche auf. So, und hier reparieren. Temperatur läuft. Jawohl, Stahl. Geldmittel umzureichen. Ja, ich weiß, dass meine Geldmittel umzureichen sind, die sind immer umzureichen. Jawohl, Stahl. Jawohl, Stahl. Schon dabei. Breche auf. Geht klar, Stahl. Jawohl, Stahl. Jawohl, Stahl. Jawohl, Stahl. Oh, ein Panzer greift an. Jawohl, in Ordnung. Einheit verloren. So. Kurz mal darüber. Jawohl, Stahl. Flammenwerfer. Ganz gefährlich. Was? Ist eliminiert? Kein Problem. Kein Problem. In Ordnung. Sind das Flammenwerfer oder? Ne, das sind so Raketenwerfer. In Ordnung. Sind okay, ich wusste es. Jawohl, Stahl. Ja, ja, alles gut. Bin schon da. In Ordnung. Bin schon da. Alter. Was ist? Ach komm. Ach. Boah. Verdammt. Ja, komm, das kann ich schon wieder vergessen. Okay, nochmal neu starten. So. Ist doch so toll. Verstärkungen sind eingetroffen. Was mache ich? Was mache ich falsch? Außer, ja, ich glaube, ich bin wirklich zu aggressiv, oder? Verstärkungen sind eingetroffen. Ich bin zu aggressiv. Bestätigt, schon dabei. Ja, und das ist natürlich hier mit diesen Flammen-Typen, das ist natürlich bitter. In Ordnung. Ja, irgendwie von Mal zu Mal, wo ich es probiere, werde ich schlechter statt besser. Verstärkungen sind eingetroffen. Gefühlt, oder? Schon dabei. Schon dabei. So, kann ich das kaputt machen? Einheit verloren. Machst du denn bitte kaputt? Machst du denn bitte? Ah, bitte drüberfahren, komm. Verstärkungen sind eingetroffen. Das ist ein Wahrsein. Jetzt mache ich echt zuerst Basis. Aber das Problem ist, ich muss nach oben expandieren, weil sonst habe ich ja das Problem, dass ich kein Tiberium mehr habe, so schnell. Wird gebaut. So. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Jawohl, zahl! Wird gebaut. Ich glaube, ich muss einfach mir eins angewöhnen, dass ich nicht immer gleich alle Einheiten hochschicke, sondern immer nur so stückchenweise. Jawohl, zahl! Ja, wahrscheinlich ein guter Plan. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Moment, nicht zu schnell bauen, nicht, dass ich dann kein Geld mehr habe für Sachen, die ich brauche. Neue Bauoptionen. Jawohl, zahl! Wird gebaut. Konstruktion fertig. Gut, dann komme ich immer. Das ist meine Vorhut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, zahl! Bitte einfach die zerstören. Ich weiß, dass das Tiberium ist und dass das nicht gut ist für euch jetzt. Jawohl, zahl! In Ordnung. Bestätigt. Sollte ich jetzt vielleicht, ich baue jetzt, ich baue jetzt, ja komm, ich baue, ja, ich kann ja die Waffenfabrik nicht mal fertig bauen. Jetzt muss ich, ich gehe mit einem dieser, dieser Männchen jetzt mal kurz überprüfen, ob ich im Dorf vielleicht irgendwo eine Geldkiste finde. Ich muss einfach wirklich den, im zweiten Erzhammer so schnell als möglich bauen. Breche auf! Wahrscheinlich wäre es am Anfang doch geschickt, eine zweite Raffinerie zu bauen, weil das im Endeffekt weniger kostet, in Summe, um einen zweiten Erzsammler zu bekommen. In Ordnung. Weiß ich nicht, schauen wir mal. Breche auf! Hier seht mich nicht. Einheit verloren. Okay. Gut. Ja, wie die einfach alles hier zerstören. Die fiesen Feinde. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! So, hier kurz zerstören, vernichten, vernichten, vernichten. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! So, sofort, zahl! So, geh bitte weg da. Neue Bauoptionen. Einen Tiberium-Sammler. Wird gebaut. Bestätigt. Einheit verloren. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Ich habe immerhin, ich habe einen kaputt gemacht. Jawohl, zahl! Geldmittel und zu reichen. Echt Geldmittel und zu reichen? Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Jawohl, zahl! Einheit verloren. Ich glaube, Granatenwerfer sind auch die denkbar ungünstigsten für diese Aufgabe, oder? Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Ja, gut, lassen wir die mal. Sie geht in Klasse! Schon dabei! Jawohl, zahl! Bleib mal hier, danke. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, schon dabei! Gut, ähm, ja, dann... Ähm, hier mal kurz... In Ordnung! ...geguckt. In Ordnung! Ich habe kein Geld. Und das ist ganz viel. Ich breche auf! Oh, breche auf! Ja, ja, das ist schon weg. Jawohl, breche auf! Ich habe es kommen sehen. Jawohl, zahl! So. Schafft er den jetzt? Müsste sich ja ausgehen, oder? Ja. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Schaffen wir das jetzt abzuwehren? Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Schon dabei! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! So, in einem Flammen-Ding, das schaffst du, Infantrie? Wo ist eigentlich mein Kommando hingekommen? Einheit verlor! Okay, das Infantrie hat das fast geschafft. So, dann muss ich mir Infantrie. Jawohl, zahl! Ja, ich muss hier einfach die Einheiten strategischer verwenden. Jawohl, zahl! Ich bin bei Command & Conker meistens eher so der Spieler, der einfach raushaut, ja? Masse statt Klasse, was aber in dem Fall echt keine gute Idee ist. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jetzt kommen hier natürlich wieder mehr von den Gegnern, ist hier klar. Lasst ihr bitte meine Erd sammeln in Ruhe, ich wäre da sehr verbunden. So. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Gut. Jawohl, zahl! Breche auf! Rücken wir gleich mal ein bisschen vor. Konstruktion fertig! Jawohl, zahl! So, ein neuer Panzer, wunderbar. Konstruktion fertig! Wachtturm kommt daher. Jawohl, zahl! Natürlich haben wir da wieder einen Angriff. Ein Moment bitte einmal nach hinten. Einheit verlor! Na toll, na toll. So viel zum Thema neuer Panzer. Jawohl, zahl! Bestätigt! Jawohl, zahl! Bestätigt! Jawohl, zahl! Einheit verlor! Ja, ist schon recht. Jawohl, zahl! Ist schon recht. Jetzt haben wir den zweiten Panzer auch wieder. Ah, bitte nochmal einen Panzer machen. So, und jetzt muss ich je gleich schauen, dass ich da auch nach oben komme. Tiberium mäßig. Ja, da sind ja so wieder welche. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Einheit verlor! Ja, Micromanagement, komm, ich weiß es. Panzer bitte nicht gegen Raketenwerfer. Jawohl, zahl! Aber das muss gewinnen. Einheit verloren Jawohl, zahle, in Ordnung Konstruktion Bitte macht ihn jetzt endlich kaputt Einheit verloren Ach komm, jetzt macht diesen blöden Raketenwerfertypen endlich kaputt Ihr merkt, ich bin leicht, zahle, minimal So ganz, ganz, ganz wenig So Weil ich hab kein Tiberium mehr Schauen wir, dass da oben nicht allzu viele Gegner waren Natürlich fahren Ja, der färbt mich natürlich einfach über den Haufen Das tolle ist, ich hab nämlich gar nichts mehr jetzt Ja Genau, und ich wollte grad sagen, wenn die jetzt unten rankommen, hab ich ein Problem Echt, oder? Hätte ich mir jetzt ja nicht gedacht Jawohl, zahle, jawohl, zahle So Kommt wieder nach unten Nein, nicht, nicht die Panzer, nicht die Panzer Autsch, 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 Böse, Böse Jawohl, zahle So Ich werde schnell nach oben, ich brauch wieder Tiberium Jawohl, zahle Jawohl, zahle Kein Problem Oh, was, was soll das? Kein Problem Ja Ja, ist okay Ja Jawohl, zahle Jawohl, zahle Jawohl, zahle Jawohl, zahle Jawohl, zahle Jawohl, zahle Ja, komm, einmal noch drauf schießen, wenn ich's gerne, wenn's kaputt Jawohl, zahle Ja, der hat das, der hat das irgendwie, ich hab' keine Ahnung, wie der es geschafft hat Ja, der hat es irgendwie geschafft Ja, kurz über den Haufen fahren, danke Natürlich kommen noch mehr. Aber das wichtigste ist jetzt, dass ich da oben jetzt, dass die Bären da oben reinkommen. Wie viele Gegner sind denn da bitte noch? Echt, oder? Ich habe kein Geld mehr. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ihr checkt das automatisch, Erzahnter? Ja, oder? Ja, sehr brave Infanterie. So mag ich das. So, der bleibt hier. Oh, ich sehe gerade. Warte was, komm. Ich fahr die einfach mal über den Haufen, bitte. Danke. Und du bleibst hier. So, gut. Ja, und ich hätte beinahe schon wieder Frost gequittet, aber diesmal nicht. So, jetzt muss ich auf jeden Fall schauen, dass ich so Panzer bekomme. Und ein bisschen Basisabwehr wieder. Wenn nicht reparieren. Wird gebaut. Jetzt haben die natürlich sehr weit zu fahren. Diese Erzernter. Ja, komm, machen wir so einen Erzernter auch noch. Aber erstmals muss ich wirklich schauen, Verteidigung, weil die kommen natürlich jetzt laufend ran. Außer sie haben sich jetzt beruhigt. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt so im Modus der quasi die Ruhe vor dem Sturm sind. Konstruktion. Du, ich hab wieder eine Einheit. Ich bin so glücklich. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Erzernter 1. Boah, wenn sie die ja, die sind, fahren sie natürlich immer über den Weg. Oh. Jawohl, Sir. Einmal kurz bitte überfahren. Reicht auf. Der ist jetzt ausgewichen. Bleibt. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Ich auf sofort, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Geldmittel unzureichend. Jawohl, Sir. Echt, oder? Konstruktion. Keine Geldmittel mehr. Das hätte ich mir ja nicht gedacht. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Unsere Basis wird angegriffen. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. So, kommt den da. Natürlich erreicht er, der Wachtturm, die, das Ding nicht. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. So, ich hab da oben keine Abwehr mehr. Ich muss den Panzerleiter hinbringen, wobei ich warte jetzt hier noch ab. Jawohl, Sir. Was hier jetzt passiert? Ich dachte, ich seh gerade, ich hab ja nicht mal... Einheit verloren. Ihr steht nicht. Recher auf. Ja, toll. Jawohl, Sir. Recher auf. Recher auf. Recher auf. So. Recher auf. Oh Gott. Ja, das Überfahren ist einfach furchtbar. Eine furchtbare Mechanik. Recher auf. Jawohl, Sir. So. Ja, toll. Freude. So, langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oder wie heißt das so schön? Wird gebaut. Du musst trotzdem so einen Schützen bauen. Das hilft alles nix. Konstruktion. Jawohl, wir haben sogar einen geschafft, ja. Infanterie und Gebäude. Also, die Schützen sind auf jeden Fall gegen Infanterie. Und irgendwie diese Flammendinger sind Infanterie. Nur das Problem ist, die Flammendinger, die vernichten mich natürlich komplett. Das wäre echt gut, wenn der Tiberium-Sammler fertig werden würde. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich bin jetzt auf. Wobei, ich weiß ja eh, was wo ist. Von dem her... Schon dabei. Sollte jetzt eh nicht das Thema sein. Di, 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 di. Jetzt lieber erst mal schauen, dass wir es irgendwie alles überleben. So, Erdsammler 1 füllt ein. Nachher kommt dann gleich nochmal so ein lustiger Panzer. Wie gesagt, ich glaube, ein Erdsammer bringt 700 rein oder so irgendwie. Glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, der hat 7 Kammer. Ich glaube, eine Kammer ist 100 wert. So. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Konstruktion fertig. Wir stehen nicht gebaut. Jawohl, Sir. Abwehren. Jawohl, Sir. Schon dabei. Sind das Flammenwerfer oder... Ne, das sind Raketenwerfer. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Sehr schön. Konstruktion fertig. Ja, es geht ja. Man muss nicht immer mit voller Kanne drauf. Es reicht auch halbe Kanne quasi. So. Konstruktion fertig. Ja, komm, ich brauche noch mehr von dem Panzer. Jawohl, genau. Er kommt jetzt wieder da hoch. Reicht auf. Und ich baue noch einen Erdsammler. Geldmittel unzureichend. Ich meine, der könnte auch Infanterie überfahren, sehe ich gerade. Aber gut, der kostet um 100 weniger als ein Panzer. Also von dem her... Äh, eher nicht so. Ich würde ganz gerne trotzdem Funk- und Radarzentrale machen. Also einmal noch Kraftwerk schnell. Oh je. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Oh je. Einmal überfahren, bitte. Geht klar, Sir. In Ordnung. Ich habe schon mal erwähnt, dass es cool wäre, wenn man reparieren könnte. Ich hätte den jetzt eigentlich überfahren müssen. Ganz ehrlich. So. So. Konstruktion fertig. Gut, das Kraftwerk ist fertig, weil dann kommt nämlich da eine Funk- und Radarzentrale. Und ein Wachturm wäre auch gut. Aber Funk- und Radarzentrale deshalb, damit ich einfach auch sehe, was... Jawohl, in Ordnung. Wenn sich irgendwo Feinde bewegen. Jawohl, Sir. Und ich glaube, so ein Wüstenjäger da oben wäre auch nicht schlecht. Habe ich jetzt... Wie viele Erzwägelchen habe ich denn jetzt? Eins, zwei, immer noch nur drei. Achso, der vierte wird hier jetzt gebaut. Okay. Wird gebaut. Ein neuer Panzer kommt. Jawohl. In Ordnung. Wird gebaut. Und ich glaube, das große Problem war immer, dass ich immer so viele Infanterieeinheiten gebaut habe. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Tja, wobei der Tiberiumfleck hier natürlich auch bald leer ist. Jawohl, Sir. Beide auf, Sir. Ist nicht gut. Konstruktion fertig. Soll man sich da dann weiter sammeln. Geht klar, Sir. Einheit verloren. Das war unklug. Jawohl, Sir. Breche auf. Da ist der Wüstenfuchs. Ne, der ist noch nicht fertig. Achso, da habe ich ja noch einen Sammler. Ja, weil die Sammler einfach so lange brauchen. Jetzt muss ich da immer ein bisschen viele von denen brauchen. Reparatur läuft. Und ich könnte jetzt natürlich auch das abbrechen. Und wäre der Sammler fertig. Ne. Wir warten jetzt ab. Komm. So, der ist voll. Der ist voll. Ja, viel Tiberium ist nicht mehr da. Das ist nicht schön. Das ist nicht toll. Bestätigt. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Dann erkunden wir zumindest ein bisschen. Es wäre so schön, wenn ich irgendwo so Kistchen finden würde. Aber die sind ja meistens hinter Bäumen versteckt, wo ich die nicht sehe. Ja. Da ist irgendwo so ein Turm. Genau, der. Den habe ich gemeint. Wollte ich mal aufdecken. Reche auf. Oh, guck mal. Da kommen wieder Gegner angeschlumpft. Und das Gute ist, wenn ich da nur mit einer einzelnen Infanterie hingehe, habe ich definitiv bessere Chancen, die zu zerstören. Also mit Panzer. Ja, wie man sieht. Du musst, du musst nur. Ja, manchmal funktioniert das Ziel nicht so wirklich. Jawohl, Sir. In Klasse. Ja, immer einzeln, schön einzeln angreifen. So. Wird die Funkzentrale dann mal fertig? Wäre sehr schön. Sehr gut. So. Ähm, dann packen wir die da hin. Und ich sehe hier was, was du nicht siehst. Jawohl, Sir. Schon dabei. Apropos, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich werde mit denen jetzt ein bisschen ins Kaufen gehen. Dabei ist das eine gute Idee, ich glaube nicht. So. Wird gebaut. Ah, ein neuer Erzsammler. Okay. Ja, wir haben bald kein Erz mehr. Also Tiberium meinte ich natürlich. Ist ja kein Erz, ist ja Tiberium. Tiberium. Ich möchte trotzdem ein bisschen ins Kaufen gehen. Wirklich? Ist ja vielleicht irgendwo hinterm Baum. Kommt, du gehst aber bitte da hoch, okay? Lieber Sammler, nicht jetzt da rüberlaufen. Ich bin mir ja fast sicher, dass irgendwo hier, wenn ich die Gebäude alle zerstöre, irgendwo Geld versteckt ist. Kann ich ja mal probieren. Schauen wir mal, ob Gegner da sind. Und wenn nein, dann zerstöre ich ja einfach die Gebäude. Ist zwar ganz schlimm, weil wir eigentlich die Guten sind und jetzt nicht Dörfer zerstören sollten, aber ich brauche Geld. Schon dabei. Hilft alles nix. Sofort, Sir. Breche auf. In Ordnung. Schon dabei. Schon dabei. Oder ist ja sonst vielleicht irgendwo... Normalerweise müsste man diese Kistchen sehen können. Sofort, Sir. Sofort, Sir. Geht klar, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Schon dabei. Schon dabei. Schon dabei. Schon dabei. Breche auf. Breche auf. So. Geht klar, Sir. Wo sind denn die Feinde? Geht klar, Sir. Ah, da sind die Feinde. Breche auf. Breche auf. Oh, der sieht mich ja ganz weit. Breche auf. Immer in Bewegung bleiben. Schon dabei. Du schaffst das. So. Jetzt habe ich so viel Erdsammler und trotzdem dauert das alles ewig. Jawohl, Sir. Für euch beiden mal so. Oh, oh. Ah, ja. Okay, jetzt greifen die da unten. Welle 3 quasi. Konstruktion fertig. Ich glaube, die zerstören hier alles. War voll fies. Jawohl, in Ordnung. In Glashör. Breche auf. Breche auf. So, komm. Dann machen wir nochmal so einen Panzer. Jawohl, in Ordnung. Schon dabei. In Glashör. Aber die vernichten wirklich die ganze Bevölkerung. Jawohl. Breche auf. Richtig schlimm. Breche auf. So, jetzt schauen wir mal, ob da auch noch irgendwo Abwehr ist. Breche auf. Komm ein paar... ...Raketenabwehrflüge. Okay, da ist noch Abwehr. Also, es ist dieser eigene Turm. So, da muss ich jetzt eine E. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Nein, 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 nein. Nicht, nicht, nicht. Oh Gott. Ich bin so ein Idiot, wenn man... Wenn man die Steuerung nicht im Griff hat. So. Ja, nicht jetzt gehen. Ich habe mich echt selbst angegriffen. Ich bin ja so ein Idiot. Weil ich die Steuerung nicht im Griff habe. Moment. Breche auf. Apropos, Idiot. Konstruktion fertig. Breche auf. Wird gebaut. Erst gehen wir mal hier nach oben hin. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Reche auf. So. In Ordnung. In Ordnung. Das Wüsten-Ding braucht wieder... Breche auf. Der ist wieder viel zu schnell, aber der hat da eh nichts zu suchen. Jawohl, Sir. So. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Schießen. Wird gebaut. Jawohl, Sir. So. Ja, nochmal, komm. Sehr gut. Das ist kaputt. Wunderbar. Dafür sind meine beiden Panzer auch fast kaputt. Recher auf. Natürlich nicht gut. Recher auf. Ja, natürlich fahren jetzt meine Sammler schon dahin. Jawohl, Sir. In Ordnung. So. Bestätigt. Jawohl, Sir. Meine Sammler nicht angreifen. Ganz böse. Ganz böse Sammler. Nicht Sammler angreifen. Oh, da ist die Raketen. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, komm. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt wohl hier ein Tod. In Ordnung. So. Konstruktion fertig. Sofort, Sir. Wird gebaut. Gleich mal das kaputt hauen. Ich weiß, man nimmt vor dem Tri läuft durch die Behrung. Das ist ganz schlecht. Einheit verloren. Geldmittel unzureichend. Jawohl, Sir. Geldmittel unzureichend ist auch immer ganz schlecht. So, okay. Das hätten wir geschafft. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Ach komm, fahr doch einfach bitte drüber, oder? In Ordnung. Brecher auf. In Ordnung. Jawohl, Sir. So. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Einfach drüber fahren. Brecher auf. Jawohl, Sir. Bestätigt. Ja, nicht. Ich glaube, das greift das gar nicht an, das Luftabwehr-Ding. Jetzt ist eh egal. Ich brauche hier keine Luftunterstützung. Jawohl, Sir. So, ich bleibe jetzt mal hier kurz mit meinem Panzer-Lies. Jawohl, Sir. Der eine ist eh quasi kaputt. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. So, und jetzt ist die Frage, komm, jetzt gehen wir da nochmal. Jetzt schauen wir mal, da oben müsste ich ja eigentlich... Jawohl, Sir. Ein bisschen zumindest... Jawohl, Sir. ...wird gebaut. ...Mauern zerstören können. Jawohl, Sir. Bestätigt. Nein, ich wollte eigentlich ausreden. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Dann werden wir einfach da nach oben hin ein bisschen Mauer zerstören. Jawohl, Sir. Ei, ei, ei. So, die beiden Panzer fahre ich auch nochmal da nach oben. In Ordnung. Wir sind eigentlich vollkommen... Einheit verloren, Sir. ...prober wie viel Einheit verloren. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Ja, toll. Jetzt habe ich wieder... Einheit verloren. Was? Ach du Schande. Idiot. Komm, weiter zurück. Hatten sie wohl doch ein Problem damit. Jawohl, Sir. In Ordnung. Schon dabei. So, Flammendinger. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Bestätigt. Schon dabei. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Nicht sehr erfolgreich, aber gut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sofortzöre. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So, komm. Einheit verloren. Das Flammendinger müsste eigentlich ganz gut... Jawohl, Sir. Genau mit dem teilen. Einheit verloren. So. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Jawohl, schade auf. Reche auf. Kurz, Sir. Nach oben. Viel Tiberium haben wir da trotzdem auch nicht mehr. Ich mache mal... Trotzdem meinen Schützen. Und ich sollte vielleicht hier... ...mal heilen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ach Gott, du wirst... Ach, Gott, Idiot. Komm, fahr bitte einfach nach oben. Jawohl, Sir. Reche auf. So. Bestätigt. Dann haben wir da jetzt... Konstruktion fertig. Ein bisschen Mauern kaputt machen. Wird gebaut. Und da auch ein bisschen Mauern kaputt machen. Konstruktion fertig. Und Hauptsache, dieser Erdsammler ist so doof und fährt... Ja, ganz komisch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Komm, bitte nach oben. Zerstört diese beiden Infanterienheiten bitte mal. Jawohl, Sir. Außer vielleicht, wir schaffen es hier schneller. Wir benötigen Silos. Oh, das ist nicht schön. Silos ist... Also Silos zu benötigen, ganz schön. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Überfahrt die jetzt bitte einfach. Einfach mal überfahren. Wird gebaut. Einfach mal überfahren. Konstruktion fertig. Wird gebaut. So, grenadiere vielleicht noch ein paar. Konstruktion fertig. In Ordnung. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Nein, Infantrieren halten habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Jawohl, in Ordnung. Konstruktion fertig. Was gibt es doch nicht, dass so ein so ein blöder Raketenwerfer... Versteht dich. Versteht dich. Was ist hier jetzt? Ach, jetzt stehen die Blöden rum. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Haben wir wieder viele hundert Dollar quasi in den Sand gesetzt. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Geldmittel uns reichend. Jawohl, jawohl, reich auf. So. Ja, das habe ich übersehen. Ich muss echt gucken, dass ich da... Das darf ich nicht übersehen, wenn da unten irgendwas passiert. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, und spannenderweise ist es denen echt egal, dass ich hier die Mauer nach der Reihe kaputt mache. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So, die kaputten Panzer nach vorne. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Was macht der jetzt jetzt? Oh Gott, jetzt drehen die Piräten auch noch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Fünf Wüstenjäger brauchen ich bitte auch nicht, oder? Wird gebaut. Ja, das ist ein bisschen der Nachteil, dass ich hier Baulisten quasi führen kann, weil das ging im Original nicht. Und damit baut man einfach viel mehr. So, genau. Ich bin mir zerstört, soll ich die Mauer mal kurz kaputt machen. Dann müssen wir einfach da mal, ich möchte noch nicht vorrücken. In Ordnung, bestätigt. Wecher auf! Jawohl, Sir! In Ordnung, wüsstenfuchs, ich müsste es doch nach vorne. So, er kommt nicht nach vorne, weil jetzt die ganzen blöden Panzer da stehen. Ach Gott! Komm, überfahren einfach mal. Oh, das Überfahren hat... Einheit verloren. Nicht funktioniert natürlich. Jawohl, Sir! Wecher auf! Jawohl! Ja, das ist jetzt doof. Jetzt stehen sich die alle gegenseitig im Weg. Jawohl, Sir! Komm, bitte, bitte, Fahrt zu... Komm, Panzer... Bitte, Fahrt zurück, bitte, Fahrt zurück, Panzerchen. Recher auf! Ach, Mensch. Warte, wie doof, wie doof, dass das ist. Recher auf! Konstruktion fertig. Wird gebaut. Reparatur läuft. Jawohl, Recher auf! In Ordnung. Tja, was machen die da? Achso, die haben da jetzt irgendwas gemacht, okay. Geht klar, Sir! Breche auf! Oh, wir haben über eine Stunde. Für ein traditionelles, normales Let's Play. Breche auf! Geht klar! So. Lass uns... Lass uns... Lass uns... Lass uns... Lass uns... Einen vorfahren. Einen Panzer. Nicht gedauert. Und ziehen da mal ein bisschen. So. Ja, ja. Ist gut. Ja, wohl, Sir! 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 Müssten wir jetzt die drei Panzer, glaube ich, kaputt gehauen haben. Verständlich! Theoretisch. Wird gebaut. Jawohl, Sir! Jetzt ist nur die Frage. Verständlich! Habe ich jetzt den zweiten, weil ich habe Angst, dass da unten wieder ganz viel von denen, von den... Männchen kommen, ja? Brecher auf! Und ich freue mich schon auf die Kommentare, die drinstehen. Ey, du bist der schlechteste Command & Conquer Spieler, den ich je gesehen habe, ja? Das kann sein. Das... Sag ich... Da sage ich auch nichts dagegen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Brecher auf! Jawohl, Sir! Dann mal kurz da nach oben. Dann machen wir noch ein paar Panzerlis und ein paar von denen. Und ich sehe, da unten wird angegriffen. Was für eine Freude. Schön, dass ich das mitbekommen habe, weil da könnte man mal einen Wachtturm bauen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Die tapferen ehemaligen Infanterieeinheiten, die je schon so beschädigt sind. Jawohl, Sir! Ich sollte vielleicht einfach warten, bis die zur Wachtturm kommen. Oh, und ich sehe gerade da oben, dass es jetzt umgeht. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bestätigt! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ach, da unten wuselt schon wieder. Jawohl, Sir! Fahr mal da nach oben, bitte. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So, die beiden Panzer nach oben. In Ordnung. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Echt, oder? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bestätigt, ja. Reinkommen. Recher auf! Jawohl, Sir! So, hoch hier. Bestätigt! Jawohl, Sir! So, vorsichtig voran, schreiten. Jawohl, Sir! Er hat gesagt, ich habe Angst vor dem, dem, dem Haufen da. Jawohl, Sir! Bestätigt! Brecher auf! Ich könnte da mal reinlaufen. Brecher auf! Bestätigt! Brecher auf! Und jetzt rauslaufen. So. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Oh, das funktioniert ja wunderbar. Nicht. Ein Leiter verloren. Jetzt, was ist denn da jetzt wieder? Ach, Panzer, okay. Jawohl, Sir! Schön, treibt sie. Ja, ja, die fahren sie unbeabsichtigt über den Haufen. Das finde ich schön. So. Jawohl, Sir! In Ordnung. Konstruktion fertig. Moment, kurz die Einser. Ich muss jetzt diese Hand von Nord auf jeden Fall mal kaputt machen. Jawohl, Sir! Recher auf! Ihr seid dann die neuen Zweier. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Recher auf! Bestätigt! Jawohl, Sir! Bestätigt! Ja, weiß ich. Recher auf! Konstruktion tantisch. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ja, kommt Fahrt einfach alle über den Haufen. Ja, jegliche, jegliche Vorhaben zunichte gemacht. Entscht! 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 Einfach nur, komm, macht einfach nur die Hand von Nord kaputt, weil die nervten. Jawohl, Sir! Bestätigt! Und ein bisschen über den Haufen fahren schadet auch nicht. So. Einheit verloren. Jawohl, Sir! Ich habe eine Einheit verloren. Das ist nämlich nicht schön. Einheit verloren. Jawohl, Sir! Bestätigt! Wo ist denn der Bauhof eigentlich? Jawohl, Sir! Komm, Fahrt die... Es ist echt so schlimm, dass Panzer gegen Infantrieeinheiten überhaupt keine Chance haben, ja? Jawohl, Sir! So, habe ich jetzt... Wir benötigen Sieg. Oh, das ist nicht schön. Jawohl, Sir! Habe ich jetzt irgendwo noch Wüstenfüchse? Jawohl, Sir! Ja, da einer noch. Jawohl, Sir! So, dann schauen wir mal. Nein! Schnell zerstören. Zerstört die Hand von Nord wieder. Hätten die glatt wieder die Hand von Nord aufgebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir! Und dabei! Jawohl, Sir! Einheit verloren. Aber wie schnell, dass die dann Einheiten aufbauen können. In Ordnung! Konstruktion fertig. Einheit verloren. So, komm, hier kommt da her. Jetzt habe ich eh kein Tiberium mehr. Jawohl, Sir! Bestätigt! Aber die haben offensichtlich noch irgendwo Tiberium. Aber nicht mehr lange. So. Wo ist denn da der Bauhof, sag mal? Dann fahren wir mal da nach oben. Jawohl, Sir! Breche auf! Jawohl, Sir! Bestätigt! Ich glaube, da oben ist der Bauhof, oder? Ja, meine Erzsammler haben kein Erz mehr. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So, das ist kaputt. Kommt das Erzwegelchen, das lassen wir nochmal. Ah, da oben ist die Panzerfläche. Da ist der Bauhof. Dann weg damit. Oh, die haben ein Silo gebaut. Das war sehr schön. Schnell weg mit dem Bauhof. Damit die dann nichts mehr nachbauen können. Sehr schön. Ein Ingenieur ist noch da. Jawohl, Sir! So, ich lasse die jetzt mal hier ein bisschen werken, während ich hier kurz gucke, mit denen vielleicht finden wir da noch irgendwo tolle Sachen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ich finde, die werden ja da oben noch getötet von solchen, weil die wehren sich ja nicht mal. Jawohl, Sir! Ja, verstehe nicht. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Gut. Ja, könnt ihr schon reparieren. Bringt euch noch nichts. Jawohl, Sir! So. Ja, und haben wir doch mit der Panzerübermacht das jetzt geschafft. Komm mal hin. Jawohl, Sir! So, du wirst jetzt das Ding mal kaputt machen. Ich frage mich ja, ob ich irgendwo noch Tiberium finde. Schon dabei! Jawohl, Sir! Ja, weil da ist ja offensichtlich... Ja, ich glaube, dass die da hinten da ist, wahrscheinlich noch in Tiberium vorkommen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ja, das Ding ist kaputt. Sehr schön. Sofort, Sir! Wie der da oben verwirrt rumläuft, weil ich weiß, wohin. In Ordnung. So. Oh, da kommen noch Einheiten. Da laufen noch Einheiten rum. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So. Gut, dann schieb... Ne, ich muss auf jeden Fall die Türme vorher abknallen. So, und zerstört. Sehr schön. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ja, so macht's dann Spaß. Jawohl, Sir! Voll übertrieben. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ja, komm kurz hier einmal, einmal überfahren. Rech auf! Jawohl, Sir! Ah, da ist noch ganz viel Tiberium. Sieh an, sieh an. Jawohl, Sir! In Ordnung! Bestätigt! Einheit verloren. Ach, komm. Ich muss ja echt aufpassen, weil sonst sterbe ich da ja wieder. Ja, was ist jetzt los, bitte? Wollte mich verarschen. Jawohl, Sir! So. Komm ich da eigentlich hoch, irgendwie? Ich würde gerne meine Erdsammler ein bisschen sammeln lassen. Jawohl, Sir! Damit ich noch ein bisschen Geld bekomme. Jawohl, Sir! Ja, es ist ja eh sogar, sind ja noch Sachen zum Zerstören da. So. Vernichten. Also wirklich übertrieben, viele Ressourcen habe ich ja trotzdem nicht übrig. Ist schon immer spannend. So, bitte den Turm kaputt machen. Ja, ist schon recht. Meine Sammlerflotte kommt. So, ich glaube jetzt, komm, ich lasse zumindest, ja, ein paar Einheiten sollte ich gleich da lassen. Und hier fahren wir da hoch. Jawohl, Sir! So, das ist erledigt. Jawohl, in Ordnung! Ich meinte, Einser-Truppe, bitte. Jawohl, Sir! Eingreiftruppe 1. So, der ist hier irgendwie am hoffnungslosen Verzweifeln. Jawohl, Sir! Ja, komm, da hilft jetzt dieses Ding noch. Jawohl, Sir! So, ja, aber so mag ich das. Ja. Jawohl, Sir! So macht es dann auch Spaß, die Gegner kaputt zu machen. Jawohl, Sir! Komm, du hilfst lieber da drüben mit. Jawohl, Sir! Verstetigen! Jawohl, Sir! Verstetigen! So. Gut, ein weiteres Gebäude ist zerstört. Jawohl, Sir! Hier noch ein paar Sinus. Machen wir noch schnell kaputt. Jawohl, Sir! Aber das ist noch eine Infantriereinheit, die irgendwie noch verzweifelt versucht zu gewinnen. Verstetigen! Reiche auf! So. Verstetigen! Jawohl, Sir! Und? Zack! Und was auch noch? Schnell, zack! Und wie sieht es hier aus? Jawohl, Sir! Ja, das schaffen die natürlich nicht alleine. Da muss die große Panzerarmee noch kommen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Peinlich eigentlich, oder? Ach du Schande, die Folge ist ein bisschen lange. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, eigentlich wollte ich jede Folge so 20 Minuten. Aber ich muss zumindest eine Mission pro Folge schaffen. Also es kann durchaus passieren, dass wir öfter so lange Folgen hier in diesem Projekt haben. Weil ich einfach schlecht in hier merke. Naja, gut. So, aber jetzt zieht! Endlich! Ja, und ich hätte Luftabwehr-Unterstützung bekommen. Habe ich aber nicht gebraucht. Weil ich habe so auch erfolgreich dreimal verloren. Oh, ein Flak-Geschütz-Turm. Hatten die überhaupt Helis nie, oder? So. Und wir haben wieder eine sehr gute Führungsnote. Eine sehr schlechte Effizienz-Note. Ja, wow. Gut, wir sind gut. Und jetzt haben wir wieder abgeguckt. Okay, fortsetzen. Ja. Und wie es weitergeht, das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge. Und da werden wir dann gucken, wie oft wir mit der Mission in... Na, wo müssen wir jetzt hin? Ja, dann werden wir natürlich nach Österreich gehen. Ja. Naja, werden wir aber in der nächsten Folge erst sehen. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.